Heyo, willkommen bei der Adventskalender. Jeden Tag ein Video vom 1. bis 24. Dezember. Der Spruch wird langsam älzt. So, ich bin jetzt in der Schule. Mit ein Start ist Manu. Der Spruch wird langsam älzt. So, ich bin jetzt in der Schule. Ich bin jetzt in der Schule. Wie das noch sei. Vielleicht hat irgendwer, der seine Schule wiederkannt. Oder der Spruch hat nochmal wieder in die Schule zu gehen. Ich freue mich. Ich würde erst mal sagen, ich beende das mal kurz. Bye, bye.